Was macht Firmen zu den Speerspitzen ihrer Branche? Was sind ihre Erfolgsgeheimnisse und welche Herausforderungen orten sie in der Zukunft? Diese Fragen und mehr beantwortet Weltmeister Österreich 2024, das Jahrbuch zum Wirtschaftsstandort, in dem das Autoren-Duo Sabine Brettschneider und Alexander Heide, drei Dutzend CEOs heimischer Hidden Champions, zum Interview gebeten hat. Interviews mit spannenden Insights und gewürzt mit sehr persönlichen Kommentaren der CEOs, gesamt eine interessante Reise durch die pulsierende Wirtschaft Österreichs. So spannend und interessant wie auch der Talk im Rahmen der Präsentation des Weltmeister Österreich 2024, der dank der Gastfreundschaft des österreichischen Gewerbevereins im Palais Eschenbach stattgefunden hat. Der Fokus dabei lag auf der Fragestellung, wie stark künstliche Intelligenz die österreichische Industrie verändern wird. Eines vorweg, KI ist gekommen, um zu bleiben. Teilnehmer des Talks waren Persönlichkeiten wie Bettina Resl von Novartis, Roland Fleischhacker von DeepSearch, Maximilian Scherr von Arthur D. Little und Walter Huemer von der Huemer Group. Der Weltmeister Österreich 2024 ist um 27,50 Euro im gut sortierten Buchhandel und auch online über die Website www.weltmeister.cc erhältlich.